Moin Moin, ein zwei Worte zu dieser medizinischen Maske in Anführungsstrichen, das Ganze in schwarzen Optik. Wir haben hier einmal das Ganze so, normal verarbeitet, wie man das kennt. Wir haben hier das geriffelte, typische, dass sich das ganz gut aufbaut. Und was wir hier ganz schön haben, ist diese Gummibänderzüge, wie auch immer, sind nicht ganz so hart. Das heißt, sie tun nicht ganz so doll weh auf Dauer. Ich trage die Maske nämlich mal mehrere Stunden am Stück als Lehrer und dementsprechend ist es da ganz gut, wenn man dann etwas hat, was nicht komplett die Ohren da auseinander nimmt. Der Draht ist auch angenehm, kann super angepasst werden. Auch hier mit einer Hand sieht man das, hält das gut. Dementsprechend eine ganz solide Maske gehört zu einem guten Preis.